Kleine Planänderung. Wir wollten vorher im Dinnenwald. Jetzt geht es zum Pilatus. Let's go! Mit der Gondel, oder? Auf Fragment Deck. Erste Station, Krienserek. Weiter geht's. Und Endstation. Fragment Deck. Also, anscheinend 2 Stunden 40. Mal gucken, mal gucken. Wanderweg ist es noch. Die fährt langsam. Der Weg wird immer steiniger. Und auch steiler. Wir haben den Verfolger. Und wieder steiniger. Da-da-da-da. Nice. Mega schön. Und jetzt im Wald. Und jetzt in der Welt. Und jetzt im Wald. Und jetzt schnell ein. Und jetzt in der Welt. Und jetzt im Wald. Und jetzt in der Welt. mit dramatischem zoom von der kamera erpasst berg wanderweg wir bedanken uns im namen von oscar schmiediger für diese super stege jetzt wird sogar noch der nabel dicht so geht's gut so geht's auch Pfff! Seus weit! Erstmal nach 2 Stunden! Ich soll schon da runter gehen! Schön! Nice! Was denkst du, ein Skifahrer? Das liegt! Drohig! Das wäre die Aussicht gewesen, aber naja... Wie da? Ah, der Moment! Wenn man runter sitzt und weiss, dass es bald Essen gibt! Yum, yum! Yum, yum! Zu teuer! Zu teuer! Immer noch teuer! Bündig! Die fuhle Säcke! Ich zeige dir nochmal, wie du putztest! Sehr schön! Wenn man denkt, man hat einen langweiligen Job, muss man zuerst gehen anschauen! Bitte nicht berühren! Berühren! Die fuhle! Ein Raben-Meeting haben wir hier! Spannungsgeladene Entfernung! Und, nein! Das ist ein Lieblingsgericht! Lauf weg! Lauf weg! Ich habe mehr Mut, ich habe mehr Mut! Warte, warte, warte! Siti, nein! Meins, meins! Ui, der nimmt den ganzen Stück! Shit! Schade! Wo, wo, wo? Didi, er kommt so nahe! Leck! Oh, tschüss! Danke, danke! Wow, schaut das so! Zack! Nein, nein! Gib mir, gib mir, gib mir! Gib mir, gib mir! Gib mir, gib mir! Siti, der kommt schnell! Siti, nein! Nein! Baby, gib mir die Guste! Ja, noch nicht! Na, da. Aber leid, du bin da! Ui, du bist gesicht. Toing! Du bist doch schön. Ich bin jetzt sogar noch am Regnen. Beim Abelaufen. Ich muss aufpassen. Jetzt noch die schöne Sicht auf dem Vierwald. Jetzt hat er sie. Eins, zwei, drei, vier. Ganz steil runter mit... Sonne! Oh, jetzt sehe ich! Genau gefilmt! Ich fühle mich in richtiger Steinbock. Du? Ja! Nein, amore! Ich habe gerade meine Nase so gross geholfen. Hoho! Oh! Wir mussten richtig runterklettern. Nachdem wir unsere Jacke drei oder vier Mal abzogen haben, sagt sie... ...heils. Aber gute Nachrichten, wir sind bald angekommen. So, jetzt noch die unsichtbare Türe. Und jetzt von der anderen Seite wieder zurück. Und wieder runter mit dem letzten Akku. Und jetzt noch kurz tanken, bevor wir nach Hause fahren. So, mal los. Okay, wasser... Oh? Ja. Haha. Untertitelung des ZDF, 2020